Wir befinden uns heute im Mercedes-Benz Kundencenter Sindelfing. Hier findet der Abschluss eines grandiosen Projektes statt, der sogenannten Innovationswerkstatt. Dabei haben über mehrere Monate verschiedenste Bereiche der Daimler AG zusammengearbeitet mit 30 Studentinnen aus ganz Deutschland und der Schweiz von acht verschiedenen Universitäten. Die Digitalisierung verändert alles so rasant und gerade dafür brauchen wir die Talente, die agil sind, die querdenken können und die offen für Neues sind. In dem Projekt haben die Studentinnen von uns eine innovative Technologie bekommen, die es jedem unserer Kollegen in der Planung ermöglicht, mit einem Mausklick weltweit an alle unsere Produktionsstandorte zu reisen. Also das kann man sich vorstellen wie Google Street View, aber nur jetzt in einer Montagehalle beispielsweise. Wir bringen die Digitalisierung ins Gebäude. Also ein Digital Twin, ein 3D-Modell des Gebäudes erzeugen wir ganz schnell und einfach und machen das ganz einfach im Browser verfügbar. Wir sind überzeugt, dass über die virtuellen Reisen hinaus noch ein riesiges Potenzial in der Technologie liegt für uns als Gesamtkonzern, für uns als Daimler AG und genau hier setzt unsere Innovationswerkstatt an. Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von unserer Femtech-Inno-Werkstatt. Der Preis für die beste Idee geht an PlanCollects. Ich glaube, das Wesentliche war im Endeffekt tatsächlich eine neue Möglichkeit zu finden, Lieferanten digital nochmal neu einzubinden und so den gesamten Ausschreibungsprozess zu vereinfachen. Und das Wesentliche, was glaube ich unsere Idee nochmal unterschieden hat von den anderen, ist, dass es super schnell und kostenmünstig implementierbar ist. Wenn ich mit drei Worten die Veranstaltung beschreiben müsste, Inspiration, lehrreich, agil, energiegeladen, Tatendrang, innovativ, überzeugend und vor allem spaßig.